Die Vorfreude auf dieses Spiel ist sehr, sehr, sehr groß. Es ist eine riesige Aufgabe gegen Borussia Dortmund für uns. Wir werden alles unternehmen, um dort zu bestehen. Wenig überraschend in den letzten Wochen. Für uns alle denke ich, dass die Dortmunder sich da unten rausgearbeitet haben. Trotzdem, aufgrund der Qualität ist das zu erwarten gewesen. Ich sehe auch, dass sie natürlich mit den Erfolgen auch zu ihrer Souveränität zurückgekehrt sind. Es wird ein ganz, ganz schweres Spiel für uns. Aber wir sind auch bereit, diese Aufgabe anzunehmen. Wir haben in der Vergangenheit auch immer wieder gezeigt, dass wir gerade mit schweren Aufgaben auch wachsen können. Wir werden uns das Spiel sicher in Erinnerung rufen, weil es ja alles, was mit positiven Erlebnissen zu tun hat, ja auch positive Gedanken versprühen kann. Aber wir wissen, dass die Dortmunder Mannschaft weit stabiler und ausgeglichener im Moment ist. Das ist keine Frage. Das ist auch nicht die große Überraschung. Ich habe nie gesagt, dass ich ihm Benimmregeln beigebracht habe. Sondern ich habe gesagt, dass ich mit ihm gesprochen habe, über das eine oder andere, was nicht ideal abgelaufen ist. Ich denke, er hat es verstanden.